hi leute willkommen zu einem neuen video diesmal eine ganz andere umgebung hier auf dem sofa ich werde nichts vorstellen ich möchte jeden meiner abonnenten aber auch meiner besucher auf meinem kanal frohe weihnachten wünschen und möchte mich an dieser stelle auch für die 400 abos bedanken die ich mittlerweile erreicht habe eigentlich wollte ich für dieses jahr 500 die 500 abos knacken das ist leider nicht gelungen aber über 400 abos freue ich mich ebenfalls und möchte mich an dieser stelle auch recht herzlich bei euch bedanken für die die zahlreichen abos also für die 400 abos aber auch bei den besuchern die meinen kanal besucht haben die mich nicht abonniert haben aber trotzdem meinen kanal besucht haben auch da ein großes dankeschön weiters möchte ich mich auch bei der firma auch bedanken die mir in diesem jahr so viele produkte zugeschickt haben die ich vorstellen durfte da waren wirklich sehr interessante sehr gute hochwertige produkte dabei schaut doch einfach die videos an wo ich auch die produkte vorstelle das meiste hat mir auch zugeschickt also an dieser stelle ein recht herzliches dankeschön auch an die firma auch und ebenfalls frohe weihnachten an das auki team ja und danke für die tolle kooperation in diesem jahr und ja eigentlich wenn ich mich auf meinem kanal auf smartphones konzentrieren würde dann hätte ich wahrscheinlich schon mehr abonnenten denn smartphones kommen generell auf youtube besser an aber ich dachte mir bei meinem kanal ein weiteres kanal technik kanal wo es um smartphones geht braucht youtube nicht braucht ihr nicht denn da gibt es viel ja viel bessere kanäle die die smartphones vorstellen und ja mal ehrlich die ganzen kanäle die sich mit smartphones befassen wenn da ein neues smartphone auf den markt kommt dann findet man sowieso schon 20 30 kanäle die nur dann über dieses eine smartphone berichten und ein weiteres kanal was ebenfalls über ein gleiches smartphone berichtet braucht die welt nicht braucht youtube bricht nicht und braucht ihr nicht da gibt es wirklich kompetente kanäle die das machen dafür bin ich nicht zuständig dafür interessieren mich auch die smartphones viel zu wenig bei mir geht es eher um quadrocopter um kleine technik sachen und ja vielleicht steigt deshalb meine abonnentenzahl weniger schnell aber dafür sind es produkte die mir gefallen und ich hoffe euch auch gefallen und ja so wird das auch im kommenden jahr weitergehen ich werde mich bemühen hochwertigere videos zu machen bessere videos zu machen derzeit sind wir noch im umzug stress also ich habe ja schon einmal in einem backstage video gesagt dass wir gerade übersiedeln so weit sind wir auch schon mit dem übersiedeln fertig aber es muss noch alles seinen platz finden und das wird auf jeden fall noch dauern und ja ich hoffe trotzdem dass es bald fertig ist denn dieser umzug stress von denen habe ich auch schon genug auf jeden fall ich möchte mich im nächsten jahr auf qualitativ bessere videos für euch konzentrieren und ich hoffe das gelingt mir auch und ja an dieser stelle noch einmal ein herzliches dankeschön für die 400 abos und ja anlässlich weihnachten wünsche ich euch allen frohe weihnachten jetzt besinnliche festtage besinnt euch auf das was es eigentlich heißt was es weihnachten ist nicht auf die geschenke die ihr bekommt sondern eigentlich weihnachten das ist die geburt christi und ja das sollte man eigentlich im hinterkopf behalten und nicht die geschenke die man bekommt das ist eigentlich nur nebensächlich und das ist uns uns von 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 den großen firmen eigentlich aufgezwungen worden dass man etwas schenken muss aber das muss man gar nicht besinnt euch einfach auf weihnachten so und jetzt noch einmal frohe weihnachten allen und ein herzliches dankeschön an 400 abonnenten die ich mittlerweile erreicht habe und auch an alle meine besucher an die firmen wo ich eine kooperation hatte ich hoffe dass es im nächsten jahr noch ausgeprägter sein wird dass ich noch mehr unternehmen finde die mit mir kooperieren und mir kostenlos produkte zuschicken damit ich das für euch vorstellen kann und ich werde mich auch bei der qualität bemühen und nochmals frohe weihnachten